Äh, wisst ihr, was mich nervt bei diesen ganzen Fitness-Youtubern, ja? Die machen Sport und schwitzen nicht mal, Alter. Die machen Sport und dann lächeln die auch noch, ja? Das geht mir sowas von auf die Eier. An der Stelle mal kurz Stopp, ja? Ich meine, sie macht einen Booty-Workout. Wo ist da der Booty? Alter, das habe ich gehört. Du faules Stück Scheiße. Oh mein fucking Gott, hat sie nicht gesagt, Alter. Jetzt steckt er richtig in der Scheiße. Wie kommt er da wieder raus? Schatz, also sorry, ne? Ich habe das nicht so gemeint.